Ich freue mich, dass das wieder mal geklappt hat. Jürgen Roland, meine Damen und Herren, ein Regisseur, zu dem ich schon eh gar nichts sagen brauche, weil das meiste sagt der Mann sowieso selber, aber Tatort, Großstadtrevier, Stahlnetz und Edgar-Wollis-Filme, das sind so für mich die Sachen. Ich glaube, man müsste fairerweise sagen, Davids Sache, Polizare über Davids Sache, vier Schlüssel, Täter auf der Spur. Also ich möchte nicht jetzt hier die ganzen Filme aufzählen, das ist unangebracht, aber ich tue das hier ganz gerne, weil sonst ist man ganz schnell, zum Beispiel auch heißt es, das ist der St. Pauli-Regisseur oder das ist der Edgar-Wollis-Regisseur, also bei allem Respekt vor den Edgar-Wollis-Filmen, die ja viele, viele Kollegen gedreht haben, aber das ist nicht das, was mein Leben ausgefüllt hat. Was würdest du denn sagen, was hat dein Leben ausgefüllt, also als was möchtest du bezeichnet werden, wenn du dich selber bezeichnest, als Regisseur? Regisseur, ja. Auch Kriminalfilm-Regisseur würdest du auch nicht genau treffen, weil... Als Regisseur und ich halte auch wenig von dem Wort Filmemacher, weil nach meiner Auffassung zum Filmemachen gehört immer ein Team. Ich persönlich kann nur sagen, das ist meine sehr persönliche Erfahrung, ich hätte diese vielen Filme nicht drehen können, auch nicht und Gott sei es gedankt, diese Erfolge hätte haben können, wenn ich nicht so wirklich erstklassige Mitarbeiter gehabt hätte, im sachlichen, fachlichen Bereich wie im menschlichen Bereich. Ich denke an unsere Familiencrew beim Großstadtrevier, das ist ja schon keine Mannschaft mehr, das ist eine Familie und so war es bei den anderen Filmen auch, selbst wenn man sich erst beim ersten Drehtag kennenlernte. Und deshalb finde ich das Wort Regisseur angebrachter und ich bin sehr glücklich darüber, dass das auch scheinbar, wie das so aussieht, eine Berufsgruppe ist, die bis ans Ende aller Tage Gültigkeit hat. Also ganz ohne Regisseur geht es dann nicht, obwohl es manchmal heutzutage so aussieht. Aber das ist was anderes. Aber es ist in der Tat so, dass man halt merkt, wenn man sich einen Jürgen-Roland-Film anguckt, man erkennt ihn doch, selbst als Zuschauer, wenn man nicht so hinter die Kulissen blickt, relativ schnell insofern, weil man eigentlich merkt, der Mann setzt auf eine erlesene Besetzung. Du hast Namen entdeckt, groß gemacht oder wieder groß gemacht oder wieder geholt oder ganz neue Leute geholt und denen bist du dann auch treu. Ja, das bin ich. Und nicht nur den Freunden vor der Kamera, sondern auch, wie ich schon andeute, denen hinter der Kamera. Anders geht solche Familienbindung auch nicht. Und was die Schauspieler anbelangt, bin ich natürlich schon ein bisschen stolz, das ist ein großes Wort. Ich bin glücklich darüber, dass es mir, kommt wieder ein schreckliches Wort, vergönnt war, eine große Gruppe von Schauspielern sozusagen von der Schauspielschule weg in die erste Rolle zu führen. Und mit dieser Rolle hatten sie dann eben wirklich ihren Durchbruch. Ich will mal einen Namen sagen, der für viele steht, das ist Hannelore Elzner mit ihrem Stahlnetz-Debüt. Da war sie 15 Jahre alt und spielte eine 15-jährige Mörderin und das hat jeden, der es gesehen hat. Auf dem Fahrrad, zusammen mit Jan Hendricks. Und jeder, der es gesehen hat, wird sich daran erinnern, wie bravoureus da die junge Elzner schon agierte. Das war die erste Rolle von ihr? Das war die erste Rolle von ihr. Dann Monika Peitsch oder wie jetzt, vor wenigen Tagen lief das Haus an der Stöhr mit dem unvergesslichen, genialischen Rudolf Platte. Und da war in seiner ersten Rolle, in ihrer ersten Rolle, Helga Fettersen. Dann war der Ernst Hilbig, der Star des großen Komödchens in Düsseldorf, von meinem Freund Kai Lorenz geleitet. Und der mich aufmerksam gemacht hat auf ihn. Da hat Ernst seine erste große Rolle gespielt. Es waren viele Schauspieler, die, wie gesagt, da ihren Weg begonnen haben. Das war sowieso, also Harry Wüstenhagen war noch drin, Mehdi Rahl war noch drin. Also unglaublich viele Leute, so kleine Episodenrollen, beziehungsweise Kabinettstückchen kann man sagen. Also man darf in dem Zusammenhang natürlich nicht vergessen, wir hatten Bücher, die Wolfgang Menge geschrieben hat. Und es gibt ja so ein schönes Wort in der Branche, von Fachleuten wird es selten gebraucht, aber es wird uns so angehängt. Die besten Geschichten schreibt sowieso das Leben. Also ich persönlich habe immer die Meinung vertreten, die besten Geschichten schreibt Wolfgang Menge. Und auf jeden Fall schreibt er die gar nicht wahrsten Szenen. Und das konnte man sprechen. Gut, der Mann hat gerade sozusagen einen Tatort abgedreht, aber er war nicht in der Funktion als Regisseur, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern als Überraschung für Manfred Kug. Das war der letzte Tatort mit Manfred Kug. Ja, und das war die letzte Einstellung von Manfred. Ich muss dazu sagen, ich habe mit Manfred Kug ja viele Tatorte gedreht und erinnere mich an den einen so gerne wie an den anderen. Wobei ich immer wieder einbeziehe, die geradezu unvergleichliche Bereitschaft von Charlie Brauer, sich immer wieder in dieses Team einzubinden. Und die beiden waren eben eigentlich nur als Double so erfolgreich. Das konnten sie nur sein. Naja, und jetzt bei dem letzten Film, da hatte nun die Produktion, der Produktionsleiter Larry Freisler, der ja berühmt ist für seine guten Einfälle, der hatte diesen Einfall, von dem ich nicht ohne weiteres behaupten kann, dass er so gut war, aber es wird sich herausstellen, mich aufzufordern, als Gast in das Zimmer der beiden Kommissare zu treten, nachdem sie beide erklärt haben, wir hören auf bei der Polizei. Und nun kommt der Polizeipräsident, und das war ich, der ist da zum ersten Mal in diesem Jahr in Schlips und Binden und kam dann also in dieses Zimmer. Und leider ist mir eine Pointe nicht geglückt, weil da hat ein Mitarbeiter leider vergessen, auf der Dispo meinen Namen auszusparen, sondern es stand also 12 Uhr Jürgen Roland Maske. Und dadurch wusste Manfred das natürlich, ich wollte eigentlich, wenn die Tür aufging, sagen, Mensch Manfred Kuch, dass ich das nochmal erleben darf, dich zu verabschieden, du Pfeife. Und ich wäre gespannt darauf gewesen, was er gesagt hat, denn ich habe Manfred Kuch noch nie sprachlos erlebt. Ja, und wahrscheinlich in dem Fall auch nicht. Und jetzt habe ich es gemacht, und es hat sehr viel Spaß gemacht, und ich bedauere das natürlich als Zuschauer sehr, denn ich fand die beiden eben vorzüglich... War das beliebteste Tatort, du, was es dir gegeben hat, das muss man wohl sagen. Ich fand ihn und finde ihn einfach einen unglaublich vielseitigen Mann. Er gilt wie viele Große als eher kompliziert. Wir haben vorhin ganz kurz darüber gesprochen, also Manfred Kuch hat, was so Drehgeschichten angeht, nicht unbedingt den besten Ruf. Das haben viele andere auch nicht, mit denen du gearbeitet hast, ob es Günter Ungeheuer war oder ob es Klaus Kinski war, Forst Frank Löwitsch oder so. Also ich muss da immer Kopf schütteln zu sagen, das ist ein so dummes Gerede, denn, was heißt kompliziert? Dieses sind einfach Schauspieler, die um ihre eigene Professionalität wissen und ärgerlich sind, wenn sie mit Leuten konfrontiert werden, vor der Kamera, hinter der Kamera, die ihren Job nicht können oder ihre Schularbeiten nicht gemacht haben. Und wenn man sich mit ihnen auseinandersetzt, dann merkt man sehr schnell, mit welcher Ernsthaftigkeit die sogenannten Komplizierten dabei sind und dann haben sie sofort ganz schnell eine solche Verbindung, die hält und die mehr wert ist als dieses Mensch, du bist toll, everybody, darlings Geschwätz. Also ich habe mit diesen sogenannten anspruchsvollen Schauspielern die allerbesten Erfahrungen und Freude. Sonst hättest du nicht so viel mit denen immer gearbeitet. Hätte ich mit dir nicht gedreht. Was? Hätte ich mit dir auch nicht gedreht. Ja, okay, das lassen wir mal an. Steht. Da weiß ich ja gar nicht, was ich davon heißen soll. Gucken wir mal rein. Also eine Frau, wie ihr sie beschreibt. Ja, könnte sein. Heute früh. Ich meine, ich kenne eure Kollegin ja nicht. Was hat sie denn gekauft? Ja, wie? Ein Stapel Zeitung. Ziemlich wahllos. Was fragt ihr denn für einen Scheiß? Ist sie mit dem Fahrrad gekommen oder zu Fuß? Nee, mit dem Auto. Aber jetzt frag mich nicht, welche Marke du. Also so genau habe ich dann auch nicht hingeguckt. Ist was. Und es ist was, aber das werden Sie dann erst herausfinden, liebe Zuschauer. Also vielen Dank, Jürgen, für den kleinen Ausschau. Das ist also in der Tat, das war der Schauspieler Thorsten Lausch, müssen wir glaube ich fairerweise sagen. Vielen Dank, Hollywood hat angerufen, ich soll in Hamburg bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.